Hi, hier ist wieder der Fabio von Happy Pocambos und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt und freue mich so richtig auf dieses Video, weil mit diesem Video beginnt die Serie unserer Muskeln, unserer Reihe mit den ganzen Gedächtnispalästen Merkvideos zu den Muskeln. Mit diesem Video wirst du eben den ersten Muskel von unserem Happy Muscle Beach, wie wir ihn gezeichnet haben, zu Gesicht bekommen. Ich bin gespannt über dein Feedback, mich freut es wirklich, wenn du offen Kritik, Feedback und so weiter äußerst, damit wir dann auch in Zukunft vielleicht das eine oder andere noch anpassen können. Auf jeden Fall, es ist endlich soweit, viele haben sich gewünscht, dass wir auch Gedächtnispalästen Merkvideos zu den Muskeln produzieren und jetzt ist es endlich soweit. Und in diesem Video ganz konkret wird es um den Musculus Supraspinatus gehen, eine der Muskeln der Rotatorenmanschette. Wie gesagt, in Zukunft, es wird einige Videos, falls du vielleicht jetzt das Video gerade schaust, schon einige Videos auch in unserem Lernpaket zu den Muskeln geben. Schau gern da mal vorbei, vielleicht ist es schon soweit, aber auch einige dann hier auf YouTube. Falls du zu den Muskeln, zu diesem Thema, nichts verpassen möchtest, wir haben auch einen Verteiler, du kannst dich unten über den Link eintragen. Dann bekommst du immer die aktuellen Infos, wenn es ein neues YouTube-Video zu den Muskeln gibt. Also speziell alles, wenn es darum geht, Muskeln zu lernen. Ich werde da Tipps auch mal rumschicken, aber auch vor allem die ganzen News, wenn eben was Neues erscheint zu den Muskeln, erfährst du es da auf jeden Fall als erstes. Kurz zur Erklärung. Ich habe gerade den Begriff schon in den Mund genommen. Happy Muscle Beach. Happy wegen Happy Pocampus und Muscle Beach wegen eben Muskeln und Strand und so weiter, weil eben die ganzen Gedächtnispaläste entweder am Strand direkt, das wird in diesem Video schon der Fall sein, oder in Strandnähe stattfinden werden, weil wir eben gesagt haben, das Motto Muscle Beach und so weiter passt ganz gut. Und deswegen auch die ganzen Aufnahmen in Neuseeland vor Ort, wo ich eben verschiedene Strände und so weiter abgefilmt habe, eben um Gedächtnispaläste dann für diese ganzen Muskeln zu erstellen. Ja, alle weiteren Details, wie wir dann diesen Muscle Beach noch weiter unterteilt haben, gegliedert haben, dazu wird es dann nochmal ein extra Video geben. Aber so weit, dass du schon mal weißt, warum gibt es jetzt einen Gedächtnispalast an einem Strand und wie das alles aufgebaut ist. Aber ich wollte dir einfach mal ganz kurz sagen, warum wir hier jetzt vom Happy Muscle Beach sprechen und warum wir jetzt uns am Strand befinden. Aber du siehst auch, ist ein ganz gutes Beispiel, dass man auch eben Gedächtnispaläste nicht nur in Räumen bauen kann, sondern eben auch an öffentlichen Plätzen oder eben Outdoor am Strand und so weiter. Wir haben es auch so aufgebaut, dass es für dich noch einfacher ist, dass wir immer bestimmte Muskelgruppen, wie in dem Fall eben die Rotatorenmanschette, an gewissen Orten platziert haben, dass du dir auch einfacher tust und weißt, okay, wo waren jetzt die Muskeln zur Rotatorenmanschette und so weiter. Zum Musculus Supraspinatus, der eben ein Teil oder einer der Muskeln der Rotatorenmanschette darstellt, befindet sich eben am Strand. Wir haben uns überlegt, okay, pseudologisch quasi erklärt, wenn man eben an der Schulter verspannt ist, braucht es Orte, wo man eben entspannen kann, runterkommen kann und die Schultermuskeln wieder entspannen kann. Und da bietet sich eben der Strand oder Location in Strandnähe eben an. Deswegen werden die ganzen Schultermuskeln in Strandnähe oder direkt am Strand stattfinden. So, jetzt aber genug mit dem ganzen Vorgeplänkel. Jetzt geht es endlich los mit dem ersten Gedächtnispalast zum Musculus Supraspinatus. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und falls du noch nie den Gedächtnispalast angeschaut hast, lass dich einfach mal drauf ein. Du wirst sehen, wie gut es funktioniert und wie langfristig du dir die Inhalte und Details auch mit einmaligem Schauen ja einfach merken und abspeichern kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem erholsamen Video und neuem Gedächtnispalast hier am Strand. An diesem Strandabschnitt merken wir uns den Musculus Supraspinatus. Oha, siehst du das auch, was hier an den Badeschlappen abgeht? Wer steht denn da aufreizend mit einem Bra, also einem BH mit Badeschlappen am Strand? Wow, krass! So eine Art von Spinne, die sie mit allen ihren Beinen so aufreizend streckt und räkelt, habe ich ja noch nie gesehen. Hoffen wir mal, dass sie nur mit ihrem Bra bzw. BH keinen Sonnenbrand bekommt, diese Spinne hier. Mit dieser kleinen Szene haben wir uns also gemerkt, dass es hier in diesem Gedächtnispalast um den Musculus Supraspinatus geht. Mit dem Bra, BH heißt ja im Englischen Bra, haben wir uns Supra gemerkt, also die Vorsilbe Supra. Und mit der Spinne haben wir uns Spinnatus gemerkt. Zusammen also der Musculus Supraspinatus. Musculus Supraspinatus. Dieser Muskel gehört wie drei weitere zur Rotatorenmanschette. Das kannst du dir auch schon mal merken. Oh, und schau nur, hier liegt ein großes Fass, das ja anscheinend als Treibgut angespült wurde und blöderweise hier direkt hier auf unserem Handtuch gelandet ist. Aha, irgendwie haben wir es ja schon befürchtet. Der Bra, der Spinne, war dann wohl doch kein ausreichender Sonnenschutz und es wurde der Spinne so anscheinend doch zu heiß, so dass er sich hier in diesem Fass vor der Sonne schützen will. Mama Mia, hab ich mich erschrocken von diesem Schrei der Spinne. Die Spinne hier ist anscheinend selbst so erschrocken, weil ein Kapitän sich dort im Fass versteckt hatte. Er wurde wohl auch mit dem Fass hier angespült und ist wohl auf hoher See gekendert. Oh no, auch der Kapitän fängt jetzt das Kreischen an, als er die Spinne bemerkt und springt aus dem Fass und rennt schreiend am Strand davon. Also wenn du mich fragst, das sieht mir ganz nach einer ordentlichen Spinnenphobie aus. Hiermit merken wir uns den Ursprung des Musculus Supraspinatus, die Fossa Supraspinata der Scapula. Wie wir uns das merken, schauen wir uns jetzt im Detail an. Das Fass hier auf unserem Badetuch steht für Fossa und der Bra, also der BH, der Spinne steht wieder für Supraspinata. Der Bra im Englischen für die Vorsilbe Supra und die Spinne für Spinata, Supraspinata. Und der Kapitän, der vor der Spinne ausreißt, steht für Scapula, Scapula. Insgesamt also der Ursprung Fossa Supraspinata der Scapula. Oh, schau mal, hier liegt eine Tauchermaske, mit der ich ja auch ganz gern eine Runde mal schnarchen würde. Aber hörst du das Blubbern und die tiefen Töne auch? Hier spielt anscheinend jemand Tuba. Es ist echt verrückt und irgendwie auch ein bisschen traurig, was hier so alles an den Strand anscheinend gespült wurde. Das ist ja schon ein bisschen seltsam hier. Schau nur, hier spielt jemand Tuba und hat dabei eine Tauchermaske auf. Das ist wohl der Grund, warum sie auch irgendwie so komisch klingt. Oh weh, das sieht gar nicht gut aus. Überall schießen hier aus der Tuba lauter Kuliss heraus und überall spritzt die Tint herum. Vorsicht! Und nicht nur das, plötzlich wird das Spielen lauter und lauter. Und der Major wird aus der Tuba mit Kuliss geschleudert. Er versucht als großer Major, jemand aus der Armee, trotzdem Haltung zu bewahren. Aber ihm wurde so der Marsch anscheinend geblasen, dass er wie wild durch die Luft geschleudert wird. Und oh nein, ist das eklig. Ihm wird vor dem Herumwirbeln in der Luft so schlecht, dass er sich übergeben muss und einen Hummer auskotzt. Wie das stinkt! Okay, jetzt wissen wir anscheinend auch, was er hier am Strand als letztes gegessen hat. Wohl einen Hummer. Hiermit merken wir uns den Ansatz, und zwar das Tuberculum, Majus des Humerus. Aber eins nach dem anderen. Die Tuba mit den herausschießenden Kuliss steht für Tuberculum. Tuberculum. Der Major, der durch die Luft gewirbelt wird, steht für Majus. Und der Hummer, der herausgekotzt wird, steht für Humerus. Zusammen merken wir uns hier also den Ansatz des Musculus Supraspinatus, das Tuberculum, Majus des Humerus. Oh, das ist jetzt aber wirklich nicht so nett. Hier hampelt jemand mit seinen Badeschlappen herum, reißt seine Arme nach außen und oben und macht sich irgendwie lustig. Anscheinend, was er eben mit dem Major und dem Hummer gesehen hat. Dieser Hampelmann im Badelatschen lacht tatsächlich den Major aus und hampelt hier herum und reißt seine Arme hampelnd in die Luft. Mit diesem Hampelmann merken wir uns die Funktion, die Abduktion im Schultergelenk von unserem Muskel. Der Hampelmann reißt ja seine Hände nach außen und oben. Oder wenn du dir vorstellst, Kinder haben ja auch so einen Hampelmann, an dem man an der Schnur zieht und dieser Hampelmann dann seine Extremitäten nach oben zieht oder reißt. Und somit kannst du dir eben merken, diese Bewegung nach außen und oben, diese Abduktion im Schultergelenk des Musculus Supraspinatus. So, als letztes schauen wir uns noch die Innovation des Musculus Supraspinatus an und das ist der Nervus Suprascapularis. Wow, wer sitzt denn hier schon wieder mit einem schicken Bra, also einem BH, auf der Schaukel und entspannt sich? Ah, schau nur, das ist doch wieder der Kapitän, der doch vorhin geflohen ist und sich hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen versucht, vor dem ganzen Schock zu erholen, indem er sich hier mit seinem Bra, also BH, ein bisschen sonnt. Der Bra im Englischen steht wieder für die Vorsilbe Supra und der Kapitän, das kennst du jetzt schon, steht wieder für Scapularis. Also haben wir hier Suprascapularis, also die Innovation geht vom Nervus Suprascapularis aus. Super, hiermit hast du dir an diesem sehr schönen Strandabschnitt die Details zum Musculus Supraspinatus gemerkt. Oh ja, Lernen am Strand kann echt Spaß machen. So, ich hoffe, dir hat der Gedächtnispalast zum Musculus Supraspinatus gefallen. Schreib es mir gerne in die Kommentare, falls du Feedback hast, wie es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, teile das Video auch gerne mit Leuten oder Kommilitonen und Kommilitoninnen, die eben davon auch profitieren können. Ja, wenn du jetzt sagst, du möchtest noch weitere Gedächtnispaläste zu den Muskeln dir anschauen, dann schau gerne mal in unser Lernpaket. Aktuell gibt es noch nicht ganz so viel, aber vielleicht schaust du das Video in ein paar Wochen, in ein paar Monaten und dann wird es sicherlich schon einige mehr Gedächtnispaläste zu den Muskeln auch in unserem Lernpaket geben. Unser Ziel ist es auch, dass wir ein eigenständiges Lernpaket dann auf die Beine stellen, wo es nur um die Muskeln geht. Aber das wird noch ein bisschen dauern, aber schau gerne mal in unserem Lernpaket vorbei, vielleicht findest du da schon weitere Muskeln. Und abonnier auf jeden Fall auch gerne unseren YouTube-Kanal, denn da wird es auch immer mal wieder einen Muskel, auch in nächster Zeit, dann geben, den du auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Wenn du das Glöckchen aktivierst, dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr. Würde mich freuen, würdest uns damit unterstützen und einen Gefallen tun. Dann schreib es mir auch gerne in die Kommentare, zu welchen Muskeln du dir am ehesten einen Gedächtnispalast wünschen würdest. Dann machen wir vielleicht dazu auch ein Video. In diesem Sinne viel Spaß und Erfolg beim Muskeln lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao!